Habt ihr schon? Ich seh' mich nicht, ich seh' mich nicht, ich seh' mich nicht! Yeah! Du musst da eine schauen! Na! Du musst da eine schauen! Was sag' ich? Haben Sie sich bereits umgesehen? Was? Hat Ihnen besonders gut gefallen? Was? Hat Ihnen besonders gut gefallen? Achso, warte, jetzt muss ich weg da! Haben Sie sich bereits umgesehen? Ja, ich habe mich schon umgesehen die letzten vier Jahre. Habe ich sehr gut zurechtgefunden und möchte die Schule jedem weiterempfehlen. Okay! Und woher wussten Sie vom Tag der offenen Tür? Heute oder vor vier Jahren? Heute? Woher wussten Sie von dem Tag heute? Ich habe einen kleinen Informationszettel gefunden in unserer Klasse. Interessant! Haben Sie vor, sich in dieser Schule anzumelden? Äh, nein. Ich bin ja schon angemeldet. Ach ja! Das ist blöd! Gut, dass Sie schon angemeldet sind! Wie ist der Tiefe?